So, hallo und willkommen zurück in Tera. Ich habe hier gerade mal geguckt gehabt, weil jetzt hier unser Kanal 7 auf Mittel steht. Ja, die sind alle hier recht gut besucht, die Kanäle. Also nichts mit Ausweichen oder sowas. Aber wenn ich mich hier so umsehe, ist es relativ übersichtlich, was hier an Leuten rumläuft. Okay, dann mit Rheindahl. Was will er denn hier? Zu viele Probleme, zu wenig Lösungen. Okay, das sind dann die Zähne. Ausgezeichnet, sieht sie nur an. Wundervoll. Ich weiß immer noch nicht, was du mit den Zähnen da anstellst. Freut mich sehr. So, da gibt es dann halt auch nochmal. Wollt ihr zu mir? Wiederholbar und... Die vermaledeite Brücke. Ihr habt unserem Zentaurinproblem gewiss Abhilfe verschafft, aber gegen die Dummheit bestimmter Holzfäller ist kein Kraut gewachsen. Nehmt zum Beispiel Siraphon. Ich habe ihn ausgesandt, um die Brücke südlich des Feentals zu reparieren. Und dieser Idiot ist ohne Werkzeug losgezogen. Hahaha. Ja, was für ein Trottel. Ich würde ja einen meiner Holzfäller hinter ihm herschicken, aber die Straßen sind zu gefährlich. Und außerdem seid ihr jetzt hier. Könnt ihr sich aber rauf von das Werkzeug bringen, das er eigentlich selbst hätte mitnehmen sollen? Wenn es sein muss, mache ich auch sowas. So, und dann hier mit dem putzigen Phonon quatschen. Ja, bin ich. Beziehungsweise ich war schon mal hier, aber da wollte keiner mit mir reden. So, nennt mich Waldhüter Phonon. Eines Tages werde ich ein noch größerer Waldhüter als mein Vater sein. Ja, Ziele muss man halt haben. Käthe hat euch von meinem Vater erzählt. Er ist gleich dort drüben. Ja, hat er doch gerade gesagt. Wieso frage ich dann nochmal nach? Sorry. Es wäre einfacher, das Leichtgewicht im Wald wiederherzustellen, wenn nicht alle so besessen davon wären, den Konflikt zu gewinnen. So, das letzte, was wir hier brauchen, ist noch ein Berserker mit dem Ziel, alles abzuschlachten. Das ist die falsche Einstellung. Mein Sohn meint, ihr wärt vielleicht anders. Das ist alles gut und recht. Aber wenn ihr helfen wollt, den Frieden wiederherzustellen, müsst ihr mich schon davon überzeugen, dass ihr nicht nur ein weiterer Einträgen seid, der hier Streit sucht. Ja, für die Föderation. Ihr werdet nervös. So, Ärger im Wald. Was führt euch hierher? Eine Probe? Wovon? Diese Probe erklärt die Ursache für das aggressive Verhalten der Feen. Wovon? Oh, eine Spur der Gedankenkontrollmagie. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Die Feen benötigen ein Gegengift, doch ihre Physiologie ist anders als unsere und so kann ich keins für sie anfertigen. Hier, bringt diese Essenz zum Feenteich über die Brücke zu Lilix. Sie kann ein Gegengift für die Feen anfertigen. Verstanden? Euch hat wohl jemand hereingelegt. So, Schweinerei. Die Langhauerwarzenschweine führen diese Ferkel an. Wenn sie jemanden angreifen, machen sie alle dabei mit. Wenn ihr eins von ihnen erledigen könnt, verlieren sie eure Angriffslust. Seid ihr bereit für diese Herausforderung? Oh. Ist das jetzt hier für zwei Leute gedacht? Das wollte ich jetzt nicht. Eigentlich wollte ich hier hin. Das ausbauen. Ach du ahnst es nicht. Das rein. Und das rein. Und das ist nicht besser als das, was ich anhabe. Das kann ich anziehen. Okay. Ich habe hier keinen Händler, oder? Wieso kommen hier so viele Pressed? Die Föderation klingt wundervoll. Perlenfischerei. Die Ferkel mögen alles, was glänzt. Insbesondere Perlen, wie es scheint. Und gestern haben sie meine Perlen gestohlen und sind in den Wald geflüchtet. Bitte bringt mir die Perlen zurück. Sie sind schon ewig in meinem Familienbesitz. Seid ihr von ganz weit weg? Versteckt euch auf Bäumen. Was? Wieso auf Bäumen verstecken? Hallo? Seid gegrüßt. So. Viel Lärm und Pilze. Man hält mich hier so auf Trab, dass ich keine Zeit habe, etwas Anständiges zu essen. Ihr seht nicht gerade aus, als könntet ihr kochen. Aber ich habe gehört, dass die Wolkenpilze hier sehr gut schmecken sollen. Da ihr hier sowieso im Wald herumschleicht, Altrus, könnt ihr ein paar sammeln. Ich? Hä? Ich hoffe doch. Die sind nicht giftig. Moment. Ne, da steht tatsächlich hoffe. Das eine F sieht irgendwie aus, als wäre es ein L. Naja. Vielleicht wird es auch Zeit für eine Brille. Äh. Sie sind nicht giftig, sondern einfach ein schmackhaftes Geschenk des Waldes. Ihr findet sie am Waldrand unweit von Mauns Hütte. Ich helfe gern. So. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich natürlich echt hier ein Problem. Ein Inventar ist voll. Ja. Das da scheint. Glaube ich lustig zu werden. Na schauen wir mal. Au. 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 Jetzt könnte ich mal einen Bericht erstatten, aber ich müsste eigentlich nach Holzhausen zurück. Und zwar hier rüber. Ist zwar jetzt blöd, das ist jetzt wieder ein langer Ritt, aber ja, nutzt ja alles nichts. Wenn hier das Inventar so voll ist. Also Und Inventarplatz ist halt teuer. Sind die eigentlich zu siebt? Nee. Nur zu sechst. So, aber mit Stufe 14, glaube ich, da gab es doch auch neue Fertigkeiten. Dann können wir die dann auch gerade auffüllen. So, hier ist ein Händler. Ich tue meine Pflicht. Kommt bald wieder. So, wir könnten die hier verkaufen. Oder Moment. Nee, die lassen wir erst mal. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Das, 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 das. Das auch. Das sowieso. Nee, das können wir verkaufen. Das verkaufen wir auch trotzdem. Ich habe nämlich keine aufwertbaren Klamotten an. Das verkaufen wir. Das, das und das. Das können wir auch verkaufen. Ah. Blöden Bomben. Was ist das hier eigentlich? Okay. Ah, hier können wir noch eine Bombe verkaufen. So, jetzt, so auf die Schnelle sehe ich jetzt nicht, was ich sonst noch verkaufen könnte. Diese Sorgen machen uns stärker. Okay, erlernen und das erlernen. Was ist denn das nächste? Vampirschlag. Ja, deswegen sind alles halt mit Aufladung. Habe ich denn sonst noch irgendwas hier vergessen, was ich... Nö. Combo-Attacke, Axtblock, Plätten, Donnerschlag, Triumphschrei habe ich hier. Ähm, nö. So, wo ist denn hier ein Banker? Sieg für Valkion. Weiter so. Ähm. Was sollte man da reinbasteln? Das hier. Feuerchen behalten wir mal. Kann man da reinwerfen, ja. Da, 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 da. Kann man denn hier noch, also das ist der Kristallspalter. Die lassen wir auch mal, ne? Komm, schmeiß da rein. Zack, zack, zack. Ähm. Brauchen wir eigentlich so nicht. Wir bräuchten eigentlich hier mit der Angriffskraft. Den Kino schmeißen wir auch rein. Was haben wir hier? Stoffextraktion der ersten Ordnung. Dann haben wir die schon hier. Ja, Alchemie. Jeder. Ah, die haben wir noch nicht. Und was haben wir hier? Achso, das ist der Kristallspalter. Ja, den schmeißen wir auch da rein. Die Rune auch. Und ordnen wir das mal hier ein bisschen schön. Okay. Und, ähm, einkaufen tun wir nicht. Skills haben wir gekauft. Und dann können wir jetzt hier wieder zurückjuckeln. Und dann können wir jetzt hier wieder zurückjuckeln. Und dann mal gucken, was wir noch hier machen müssen. Also wir müssen noch die nochmal 10 von den komischen Katzen da erledigen. Ähm. Perlen suchen. Die Zweiergruppen-Quest haben wir gemacht. Äh. Ja, und Werkzeug und Fehlnessenz. Äh, ist sowieso so eine FedEx-Quest. Also müssen wir die... Sowieso nachher dann an der Stelle da machen. So, aber erstmal jetzt hier wieder ein bisschen... Crafting Buffs zusammen. Zup, 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 zup. Und auf arme, wehrlose Ferkel schlagen. Damit ja auch das Fleisch schön zart wird. Aber Panzerschwein ist natürlich auch ein cooler Name. Kommt, ich mach aus dir einen Schnitzel. Hopp. Ups. Da hat er das zweite Skill nicht getriggert. Okay, das war jetzt Overkill. Na, komm. So, kommt mal hier beide zusammen. Wir müssen uns ja nicht hier mit jedem Mob einzeln kümmern. Zumindest mal nicht, wenn wir die MP-Leiste voll haben. Und die Leute natürlich auch schön zusammenstehen. Ah, ihr spielt bereits eine Stunde. Okay. 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 Genau so. Genau so. Genau so. Da kommt, bleibt schön da zusammenstehen. Okay, das läuft jetzt nicht so gut, glaube ich. Kommt, alles aufsammeln. Und noch einen. Die fliegen natürlich auch schön. So, komm mal gerade mit hier zu deinem Kumpan. Deswegen da, bei denen ist es ein bisschen schwierig irgendwie abzuschätzen, wann sie zuschlagen. Deswegen sieht es bei da immer so aus, als würden sie, nachdem sie sich da also geduckt haben, zuschlagen wollen. Aber irgendwie haben sie da ab und an nicht so die Lust drauf. Na, kann ich mal wieder hier an Bäumen hängen, sowas aber auch. Was ist da noch Kram von uns? Ja, hier mit den Perlen, das kann, glaube ich, ein bisschen dauern. Arme Sau. Ja, vielleicht sollten wir uns da nochmal mit so einem großen hier anlegen. Ach, im Moment. Äh, mach mal was. Okay, hat keine Perle getroppt, aber egal. Boing. 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 So, das heißt, wir können jetzt Quests abgeben. Und das ist natürlich dann auch wieder ein guter Zeitpunkt, so langsam mit der Folge ans Ende zu kommen. Euch hat wohl jemand hereingelegt. So, wow. Ihr seid viel besser als ich da. Ich meine, natürlich wusste ich, dass ihr am Stück wieder zurückkommen würdet. Gute Arbeit. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ja, Sieg für Valkyron. Seid ihr von ganz weit weg? Äh, was? Ja, denke ich. Ah, ihr habt sie. Danke euch vielmals. Ich bin froh, dass ich sie wieder habe. Ja, Sieg für Valkyron. Wie kann ich helfen? So, Säppelzahn. So, den geben wir auf. Schaut ihr vorbei? Äh, achso, die Wolkenpilze muss ich auch noch sammeln, glaube ich. Ähm, okay. Ähm, okay. Aber das machen wir irgendwie beim nächsten Mal. Ähm, bis dahin. Dann bin ich nicht. Danke. Amen. Säcke.